Ciao meine Freunde, was geht ab? Wir haben es 5 Uhr. Ich denke mir, yo, ich könnte zwar jetzt schlafen gehen, aber ich will ein Video droppen, weil ich einfach heiß darauf bin. Also, Hand aufs Herz, ich habe bestimmt 2 bis 3 Promille. Ich droppe jetzt einfach mal einen Vlog, gab es lange nicht mehr. So, viel Spaß mit dem Vlog. Ich gehe jetzt fenn, ich bin super müde. Viel Spaß mit dem Vlog, Freunde. Wirklich, ich küsse euer Herz, liken, abonnieren nicht vergessen. Warum eintrinken, wenn man kein Dulz hat? Ich wollte... Ja, okay. Letzter recht. Mhh, das schmeckt. So, Freunde der Sonne, wir haben gerade Fußballspiel gehabt. 6-2 gewonnen. Ich habe sogar ein Tor gemacht. Ja, allerdings wurde ich ein bisschen verletzt. Jetzt werde ich in nächster Zeit mit Krücken rumlaufen. Und zwar habe ich mein Außenband gerissen. Höchstwahrscheinlich, ich muss morgen zum Arzt gehen, aber das ist auf jeden Fall ein dickes Ei da an meinem Fuß. Also, ich denke mal, Außenband rissen. Ich kann euch das mal in Ruhe zeigen jetzt. So, guck mal, mach mal hier. So, guck mal, mach mal hier. Ah, fuck. Oh, ich fass, 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 fass. Guck mal. Ein dickes Ei hier. So, hier seht ihr ja so ein dickes Ding. Da ist mein Knöchel übrigens hier, mein Knöchel. Und das ist das Ei hier. So, guck mal. Schauen wir mal. Morgen geht es zum Arzt. Vielleicht nehme ich euch mit, oder nicht? Wir schauen mal. Und ja. Bisschen Humpeln angesorgt, ne? Aufentspannt. Alles ein bisschen langsamer angehen. Aber läuft. Hexenkessel hier, Freunde. Gner heute, Leute. Gner. Ja, mit Marken zusammen. Ding hazeiert, einfach. Indirekter Freischuss jetzt hier. Männer, ihr müsst Tor machen. Ich glaube an euch. Das ist die Fremde. Nein, ey, meine Kamera. Chris, Tor machen, oder? Hier, Trainer, Co-Trainer. Tor. Rein machen, rein. Indirekter Freischuss, den Rückpass. Haut ihn einfach rein. Ich glaube an euch. Unter die Latte zimmern einfach. Oder ich würde einfach raufkloppen, Digga. Mit Hoffnung, dass das Gegner noch berührt. Ja, wichtig. Das Trainer-Duo. Super, Junge. 90. Tor. 5-3. So muss das. Ich kann manchmal süß für Freundinnen sein. Und deswegen habe ich meiner Freundin ein kleines Geschenk gemacht. Ihr wollt ihr sehen? Ein kleiner, süßer Teddy. Mit Herzchen. Gut, Digga. Ist es gut? Ja, cool. Freust du dich? Ja. Freut mich auch. Jetzt zwei Tage lang zocken ohne Nerven. Jim, du würdest meine Freundin, du bist bei der Arbeit, kompensieren. Ein Blick für euch. Auch mal zugucken. Ob ich entspannt, ne? Was denn? Das ist nicht dreckig. Der ist blau angelaufen. Ich weiß nicht warum. Das ist dick. Alles fett hier. Und das Ding ist, das tut nicht mal weh. Ganz weird. So, mein Fuß am Arsch. Guck mal, hier läuft der aufblauern. Seht ihr das? Der stirbt ab, Alter. Mein Fuß, Alter. Vielleicht ist das von Mann zu fest. Ich weiß es nicht. Aber es scheint nicht so. Hm. Ich warte mal bis morgen ab, auf jeden Fall. Mein Fuß ist gar nicht gut. Der ist gewinnig. Ja, 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 ja. Nur halb sechs, Freunde. Video habe ich mittlerweile geschnitten. In halb einer halben Stunde. Und ich bin richtig dabei, Alter. Ich zeige euch mal kurz. So. Kurzer Update. Mein Fuß. Super. Hier, super. Hier läuft alles. Läuft alles. Einwandfrei. Ja, und ich fühle gerade Tom Holland Musik hier. Zack. Bumm. Das gebe ich mir gerade. Kann ich nur empfehlen. Wenn ihr Puls braucht, gehört euch Tom Holland. Guck mal hier. 29 Minuten. Kann ich nur empfehlen. Super. Ja, okay. Werbung gehört auch dazu. Laber, wenn ich nicht voll. So. Ich wünsche euch was. Dass ihr auch mal in hier ein Dings. Push habt. Wenn ihr einen Push braucht. Görd ich tomorrowland, okay. Super geil. So. Abonnieren. Liken. Glocke abonnieren. Und ö. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.